In diesem Video geht es um die besten Heizstrahler. Der Qualitätssieger in unserem Heizstrahler-Test geht an den Enders Gas Polo 2.0. Gefertigt ist der Polo 2.0 von Enders aus silbern glänzendem Edelstahl. Schon auf den ersten Blick wirkt der Gas-Heizstrahler so robust und hochwertig. Mit einer Höhe von 115 und einem Durchmesser von 38,5 cm ist er überraschend kompakt und kann auch auf kleineren Balkons und Terrassen aufgestellt werden. Der Standfuß besitzt einen Durchmesser von 50 cm und sichert einen festen Stand. Den Heizstrahler wirft daher so leicht nichts um. Der Strahler befindet sich direkt auf Sitzhöhe, das ist praktisch, da die Wärme auf diese Weise genau dort abgegeben wird, wo sie benötigt wird. Für den Aufbau sollte man ein wenig Geduld mitbringen. Der Polo 2.0 von Enders wird in etwa 80 Einzelteilen geliefert, die selbst zusammengeschraubt werden müssen. Lediglich der Brenner ist vormontiert. Die Bedienungsanleitung ist mit 3D-Bildern eine wertvolle Hilfestellung. Ist der Zusammenbau geschafft, überzeugt der Gas-Heizstrahler durch seine robuste Verarbeitung. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der ICQN-Heizstrahler. Das 3D-Reflecting-System bietet die höchste Wärmeeffizienz, indem es die Wärme aus drei verschiedenen Winkeln reflektiert. Über das digitale Bedienfeld der ICQN-Heizungen können Sie die Temperatur einfach einstellen. Ihre Heizung schaltet sich in gefährlichen Situationen wie Kippen oder Umfallen automatisch aus und sorgt somit für Ihre Sicherheit. Verchromte ICQN-Gitter sorgen für einen brillanten Look. Es bietet einen dauerhaften Schutz und eine langlebige Nutzung. Dank des empfindlichen Thermostats in den ICQN-Heizkörpern können Sie die Temperatur Ihres Raums einfach einstellen. Mit der Fernbedienung der ICQN-Heizungen können Sie die Temperatur Ihres Raums ganz einfach regeln, ohne aufstehen zu müssen. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Heizstrahler-Test ist der Actobis-Heizstrahler. Dieser hochwertige Decken-Heizstrahler wird mit einer Kette an der Decke, einem Zeltdach oder ähnlichem montiert. Geeignet für den Außenbereich. Die Wärme wird zügig übertragen und selbst Wind kann diese Wärmeerzeugung nur schwer wegtragen. Im direkten Heizbereich im Winkel von 150 Grad und bis ca. 3 Metern ist die Wärme innerhalb von 3 Minuten spürbar, ohne dass zuvor erst der komplette Raumbereich aufgeheizt werden muss. Das Gerät besticht durch seine sehr robuste Verarbeitung und alles ist fast komplett aus hochwertigem Metall gefertigt. Das Gerät hat zwei hocheffektive Carbon-Heizröhren mit geringer Blendwirkung sowie drei Heizstufen 900, 1200 und 2100 Watt. Eine Fernbedienung ist ebenfalls mit dabei. Darüber hinaus ist es bewährt bei Gewerbe, Industrie, Hobby, als Balkon-Heizstrahler sowie im Party-Bereich. Falls Dir das Video gefallen hat und Du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.